hallo liebe ludwigsburg hallo straßenmusik festival ich bin theresa bergmann und ich grüße euch aus meinem sonnigen balkon in berlin ist natürlich alles ein bisschen anders als geplant gelaufen jetzt mit der coronakrise leider findet das straßenmusik festival statt aber genau ich wollte euch trotzdem ein schönes sonnige song schicken und eine große unarmung von mir eine gesunde große unarmung aus der entfernung und genau ja mal hallo sagen zu euch allen und die wunderbare publikum das wunderbare publikum in ludwigsburg eure ganze orgel team sponsor die spadebank genau schön dass es euch gibt und ich freue mich auf das nächste mal nächstes jahr mit euch inzwischen hier schon mal ein bisschen musik für zu hause es ist ein song von mir es heißt lullaby man nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020